leute und herzlich willkommen zu einer neuen runde thermos simulator ich bin dieses spiel ewig lang nicht mehr ich habe dieses spiel ewig lang nicht mehr gespielt aber heute geht von kassel nach frankfurt airport so realistisch ja mit dem und wir werden bei gewitter an spiel starten leute das sind wir auch schon im bus ja ich bin dieses gefährt lange nicht mehr gefahren los nur also es gab auf jeden fall ein update nur irgendwie finde ich das spiel ein bisschen komisch sie hat im update jetzt müssen wir ok ich bin vielleicht auch lange nicht gefahren wo müssen wir hin gerade ampel und ein apel ein stopp ampel kommt da wird es auch schon grün und ja es tut mir leid wir sehen jetzt ein bisschen schlecht hoch müssen wir denn die klimaanlage auch ein bisschen wärmer stellen ja ich weiß jetzt nicht also auf jeden fall wenn ich die passagiere die ich jetzt mitnehme und auch mit ein flugzeug transportieren wenn ihr da bitte jetzt nicht weitermachen kann okay dann machen wir mal hier auch falsche hier wlan ja das fahrgastmonitor ein klimaanlage schnügel hoch ja schnügel 25 grad hoch hoch nein ich bin schon wieder roter nein und habe ich nicht stau was ursacht nein hoch ja jetzt wird bitte grün ja die ampel ist grün so und schön um die kurve ja ich werde jetzt einfach hier ja ich muss eh hier es ist jetzt ich habe jetzt sehr lange bleibt im länder gespielt und diese spiel nicht mehr und wo und daher da müssen wir rein wie kommen wir da rein wie kommen wir da rein hm 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 also wir konnten noch gar nicht gas geben hm hoch seit ich hier unter dem dach seit ich hier unter dem dach auch so nass so ein bisschen weiter bremse motor aus ähm aufstehen ja danke hier hier hm 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 ok hello ja ja also ja ich habe euch gesagt es gibt ein update hoffentlich hab ich das gesagt ja das richtig ja auch richtung hallo hier vielen dank ja 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 sie sind hier richtig tag ja hoch sind alle passagiere weg dann kann ich wieder hier zu machen ich bin wieder rein im bus und werde jetzt die fronttür zu machen noch starten motor starten achso ja stimmt das habe ich vergessen gang in die neutrale position es und ähm ich glaube ja 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 so jetzt gehen wir hier nochmal unter falsches display an mutter lan anzeige nein ein ein bisschen mehr mal kriegt es noch klimaanlage ein ok passt hoch dann würde ich jetzt sagen ähm grüß gott grüß gott liebe leute hier an bord unseres flicks bus achso huch nein wir sind gar nicht im flicks bus so jetzt geht's jetzt geht's ja also grüß gott und herzlich willkommen an bord unseres hello ww bus ups ich wurde geblitzt ja ich wir wurden geblitzt ups tut mir leid polizei so jetzt ups ähm ja ja tut mir leid polizei ich habe mich ein bisschen mit der geschwindigkeit verschwett verschätzt aber wie ihr seht versuche ich nach den regeln zu fahren ok 20 kilometer hoch hoch ups ha wie spät ist es 18.04 8 nein 18.08 so leute geht bitte weg danke da sind wir mal ein bisschen an wir müssen die ganze verlorene zeit in der stadt aufholen mehr so viel hoch hoch und dann wieder eine ampel und dann wieder eine ampel so elegant um die kurve und beschleunigen also ich ich finde es sehr nice dass es hier auch unter der brücke regnet hat das ist jetzt cool ich habe das spiel schon lange nicht mehr gespielt aber wir sehen jetzt ob wir zu schnell fahren da unten zeigt es uns das an wenn wir zu schnell fahren wird es rot ja jetzt ja jetzt bin ich dran aber irgendwie habe ich das gefühl dass die grafik sich ein bisschen verbessert hat so jetzt kommen wir auf die autobahn da können wir gas geben also jetzt jetzt noch nicht ich meine bis jetzt haben wir noch nicht viel kaputt gemacht ich meine wir werden jetzt auch deutlich später ankommen als hätten wir alles so illegal gemacht aber so ist es eigentlich realistischer weil es ist normalerweise macht man nichts kaputt ja jetzt kommen wir auf der autobahn cool hier sind schon hundert erlaubt wir schaffen den bus aber nicht und das will ich auch hier gar nicht fahren ach da ist konkurrent flicks muss ich höre die fahrgäste noch sich noch nicht beschweren ey dafür kann ich jetzt nichts der zieht mir einfach hier so rein ne jetzt können wir gas geben ich weiß nicht ich weiß nicht ob das so gut ist wenn wir schneller als das auto fahren den ich habe ein dem promaden an es regnet aber schon ordentlich 102 km h wo da drüben ist ein blitzer nein Oh, das würde ich nicht. Aber ich meine, es ist jetzt nur ein Unfall. Das würde ich mal als gut klassifizieren. So, also ich bin kein Experte, aber das ist auf jeden Fall nicht normal. Und schneller. Tut mir leid. Ach so, 80 sind hier neu erlaubt. Upsala. Ja. Seht ihr jetzt, wo wir zu schnell waren? Hat es uns gleich falsch angezeigt. Okay, ich verstehe, warum die wollen, dass man hier langsam fährt. Jetzt darf ich mal wieder 100 fahren. Weil da kann man ordentlich runterbrettern. Verstehe ich, dass sie es runtergemacht haben. Oh. Alter, da muss ich wirklich achtsam sein, dass ich dem nicht mehr eincrasche. Wie sieht's? Yo. Ach, bremst mich nicht so aus. Oho. Ups. So, da, da müssen wir jetzt rausfahren. Also ich will wieder 100 fahren. Da schleiche ich lieber mit 40 kmh drüber, als dass ich einen Unfall mache. Jetzt schleunige ich wieder. Frankfurt. Oh, nice. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt schon mehr als 10 km waren, die wir gefahren sind. Sich aber jetzt ordentlich den Hügelraub wählen. Ups. Okay, dafür kann ich schon. Was? Da wollen die wahrscheinlich, dass man langsamer fährt. Oder so. Jetzt wird der komplett ausgebremst. Oh, Baustelle. Ja, Baustelle. Oh nein, nicht Baustelle. Oh, 80. Und darf hier jetzt nur mal 80 fahren. 60, okay. Ich glaube, ich muss sogar auf der Spur fahren. Weil die andere ist zu klein eigentlich für den Bus. Jetzt, jetzt fahrt da vorne weg. Okay, heißt das, man darf auf beiden Spuren fahren. Ist es nicht so? Oder mit dem LKW darfst du doch nur auf einer Spur fahren. Okay. 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 Da habe ich eine freie Bahn. Oh. Nein, das ist ein... Aha. Was ist das? Ja, ist gleich vorbei. Heißt das, es gab kein Unfall in der Baustelle? Das ist eigentlich relativ abnormal. Okay. Also unnormal. Ups. Normalerweise gibt es bei mir immer einen Unfall. Oh. Was ist das? Hoch? Ich könnte... Ich könnte... Wartet mal. Ich muss kurz mal... schauen. Eigentlich sollte ich hier irgendwie... ähm... meine Augen auf die Straße werfen, aber ich muss... das war... Ja. Ups. Ups. Tut mir leid. Ich habe... Ich parke jetzt hier ein paar Streifen. Ich habe nämlich die Tassenkombination vergessen. So. Lichtschalter. Ist jetzt. So mit... Äh. Woher war das anders? So. Darf ich rüberziehen? Jetzt. So. Tut mir leid, Freunde. Ähm. Ja. Huch. Da muss ich mich jetzt ganz schön ran halten. In Nummer 50 Minuten. Äh. Ja. Irgendwie fand ich das Game besser. Bis vor dem Update. Ähm. Nein. Jetzt kann ich nicht rüberziehen. Jetzt kann... Ich kann... Jetzt sollte ich rüberziehen können. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Weiß nicht. Ich meine... Wenn er schon sieht, dass ich am rüberziehen bin. Ich bin nicht in den Reihen gezogen. Er ist in mich hinten rein gedonnert. Aber... Ja. Ich muss mich... Das... Könntet ihr mir mal sagen, dass... Man hier ein bisschen langsamer fahren muss. Und jetzt muss ich... Ups. 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 Rüber. 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 Muss rüber. Ja. Es tut mir leid. Ja. Aber generell... Wir sind nicht umgekippt. Wir haben noch keine Ampel missachtet. So. Jetzt müssen wir da rüber. Aber... Es gab nur Crashes. Und... Jetzt kann ich wieder Gas geben. Okay. Nur mal ein Kilometer. Das sollten wir... schaffen. Okay. In einer halben Stunde. Aber es ist schon knapper als gedacht. Normalerweise hast du bei dem Spiel ja meistens... Ewig Zeit. Psss. Okay. Ich... Ich... Ich muss jetzt eh hinter dem bleiben. Weil ich muss eh bei der Spur dann raus. Hier. Hier muss ich jetzt raus. Hier. Und hier habe ich gelernt. so oft wie ich das schon... gefahren bin. Langsam. Aber irgendwas... Wie ist das komisch? Jetzt sind es noch 400 Meter. Aber die ganze... der ganze Typ... waren 24 Kilometer. Also ich glaube das waren mehr als 24 Kilometer. So. Jetzt muss ich... musst du ähm... Ich glaube ich muss zu... Departures. Ja. Ich bringe ja die Leute hin. Ich will keine Ahnung. So. Hier ist das Problem... wenn du mit dem Doppeldecker fährst... Ja. Bleibst du manchmal stecken. So. Einlenken. Und... da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. So. Jetzt ähm... Gang. Ähm... Neutral. Dann... Motor aus. Das aus. Ähm... Hier mache ich auf. Stehe ich eh unter dem Glas. Ja. So. Und die Gepäckluke mache ich euch noch auf. Da könnt ihr euer Gepäck rausnehmen. Liebe Leute... Geht... Geht mal schnell rein. Es wird kalt. Ja. Ich würde mal sagen... Tschüss Leute. Und auch... Tschüss ihr Zuschauer. Jetzt ist kleiner mehr im Bus. Und das nächste Mal... legen wir diese ganze... Reisegruppe... Also mit... legen wir diese ganze Reisegruppe... mit dem Flugzeug. Tschüss und bis zum nächsten Mal.